so also bevor ich das eigentliche video jetzt hier anfangen möchte ich noch kurz sagen warum in letzter zeit keine videos kamen das hat damit zu tun dass ich ein kleines internetproblem habe deshalb auch der steve skin ja freitag letztes vor also freitag vor ungefähr einer woche sollte unser internet von 16 mbit pro sekunde auf 50 mbit pro sekunde umgestellt werden was passiert das internet geht nicht mehr seitdem seit über einer woche jetzt ja deshalb kamen keine videos und jetzt im moment wo ich das video aufnehmen habe ich immer noch kein internet ich hoffe dass sich das bald ändert morgen sollen techniker kommen mal schauen ob er wirklich kommt das wurde nämlich schon ein paar mal versprochen und ob der dann überhaupt was regeln kann naja auf jeden fall wenn das video da ist und du schaust dann weißt du ich habe wieder internet okay so also was wollte ich heute hier zeigen diese drei schalter sieht jetzt nicht unbedingt nach schalter aus aber ja dieser block hier das einfach nur was war es noch mal ach ja diamant block den habe ich halt um texturiert also jetzt keine mods oder so und die partie und effekte kann man jetzt auch ignorieren ja es geht nur um die grundmechanik dass ich das so umschalten kann und hier der boomerang ist eigentlich kerat on a stick womit ich dann testen kann dass ich rechts klick und dann im grunde der boomerang der hier fliegt ist es ein amor stand vereinfacht gesagt also nicht verwirrt damit kann ich hier das hier umschalten und jetzt muss ich in game mode 2 und dann kann ich hier drauf steigen und dann wird hier der schalter runter gedrückt und der schalter der lässt sich jetzt nur einmal aktivieren so und hinter diesen drei dingen ist ein grundprinzip und ja genau so hier wird dann rötze block gesetzt wenn man das aktiviert hat und dieses grundprinzip möchte ich jetzt mal erklären also das ist nicht bei allen drei schaltern gleich deshalb zeige ich jetzt ein eigenes beispiel also man braucht dafür quasi drei blöcke genau aber immer wird nur einer gesetzt jetzt haben wir erstmal den den kürbis am besten sollen es blöcke sein die man in der welt in der man baut also für die adventure map ich bin jetzt im project zelda man adventure map die man da sonst fürs bau nicht benutzt jetzt habe ich hier also den kürbis und was dann einfach gemacht wird an einer redstone clock oder in 1.12 in so einer function drin in so einer funktion drin einfach einen test vor blog laufen lassen zum beispiel oder viel replays und sowas so dass einfach getestet wird ob ich auf einem kürbis stehe zum beispiel was dann gemacht wird wenn ich auf einem kürbis stehe wird getestet also es werden drei dinge getestet zuerst ich habe das am besten auf dem schild erstens ob ich auf einem redstone clock stehe also die reihenfolge ist wichtig in der die commands aktiviert werden zweitens ob ich auf einem kürbis also auf einem pumpkin stehe und drittens ich hoffe ich habe jetzt die richtige reihenfolge ob ich auf einem schwamm block also sponge stehe in der reihenfolge werden sie aktiviert und wenn eins zutrifft zum beispiel dass ich auf dem redstone block stehe dann wird ein anderer block gesetzt also ich gehe jetzt hier drauf es wird das es getestet habe ich ein redstone block unter mir nein okay es passiert nichts habe ich einen kürbis unter mir ja dann wird ein redstone block gesetzt in dies also das passiert als in einem tick in dieser reihenfolge dann wird getestet ob ein schwamm unter mir ist nö ok passt so dann gehe ich halt wieder runter also das ist jetzt blöd das beispiel dass ich hier oben drauf steht da müsste man dann machen dass ich weg teleportiert wäre oder so auf jeden fall wenn ich wenn man jetzt hier den redstone block hat und ich wieder drauf bilden dann wird getestet bin ich auf dem redstone block ja das trifft jetzt zu dann wird ein schwamm gesetzt so dann wird getestet ob ich ein kürbis unter mir habe passiert nichts dann wird getestet ob ich hier ein schwamm unter mir habe und dann wird ein kürbis gesetzt wenn das der fall ist was jetzt hier so ist und dann habe ich zurückgetauscht weil es in einem tick passiert merkt man von einem schwamm nix sondern wenn ich drauf bin wie hat kürbis zu redstone block gesetzt wenn ich wieder drauf gehe wird zum kürbis gesetzt wie gesagt dass in diesem fall ein blödes beispiel dass ich hier drauf gehe weil dann wenn ich hier drauf stehen bleibt dann wird er ständig hin und her switchen deshalb geht es eher zum beispiel für pfeile dass ich teste wenn ein pfeil in einem kürbis drin ist dass dann das hier so aktiviert wird oder ich werde halt weg teleportiert sobald es passiert ist oder wie in diesem fall dass es eben nur einmal aktiviert wird aber auch nach ungefähr diesem prinzip wer jetzt noch nicht verstanden hat warum hier das mit diesem schwamm warum ich nicht gleich einfach hier hin und her switche wer der schwamm quasi nicht mit dabei dann will ich ja erstmal testen hier habe ich einen redstone block unter mir nein passiert nichts habe ich einen kürbis unter mir kommt als nächstes ja und dann wird gleich ein redstone block gesetzt dann passt es dann wird die in diesem tick das erstmal so gewechselt okay alles normal und dann werde ich halt weg teleportiert beziehungsweise der pfeil gekillt je nachdem wie das aktiviert wird jetzt aber wird das wieder aktiviert weil ich darauf stehe oder ein pfeil drin ist oder irgendwas dann wird getestet redstone block ja ist der fall dann wird jetzt direkt ein kürbis gesetzt weil wir den schwamm weglassen als nächstes wird getestet ob ein kürbis da ist ja und jetzt einmal wieder beim redstone block und weil es in einem tick passiert war hat er quasi nie auf den kürbis gewechselt der redstone block bleibt jetzt immer da und dafür habe ich als übergang quasi den schwamm hier mit drin dass es dann doch wechselt und dass der nicht alles immer wieder zurück auf den redstone block setzt ich hoffe man hat das prinzip verstanden und ja danach läuft das alles hier und um die schalter quasi zu unterscheiden weil hier jetzt alles mit dem kürbis und einem schwamm und redstone block funktioniert habe ich bei dem zum beispiel noch ein eisenblock drunter dann wird halt getestet ob ein kürbis auf dem eisenblock drauf ist und dann wird ein schwamm auf dem eisenblock gesetzt und ein redstone block auf dem eisenblock und so weiter und hier wird halt getestet ob ein diamant block obendrauf ist und es kommt auch darauf an durch welches entity es aktiviert so genau und das ist das prinzip hier dahinter und der vorteil jetzt hat man schon was gesehen das ist nicht ganz gut an der pfeil technik weil der großen fill befehl ausführt dass der sich mit anderen mal eine quere kommt mit dem hier zum beispiel also es ist nicht ganz optimal für nur umgesetzt aber das grundprinzip passt ähm ja worauf wollte ich jetzt noch mal hinaus jetzt habe ich das natürlich vergessen auf jeden fall ist es halt sehr nützlich und man kann da mehrere verschiedene schalter machen ja genau der große vorteil ist um so einen schalter zu setzen setze ich einfach nur die beiden blöcke dahin und das war's ich brauche keinen marker entity hier drin irgendwie ein amor stand oder eine area effect cloud die das ganze quasi markiert dass ich weiß dass hier der schalter steht das braucht es nicht und das reduziert einiges an lag vor allem wenn man viele solche schalter hat genau ja ich habe jetzt wahrscheinlich schon viel zu viel umständliche geredet ich hoffe man hat es verstanden und dann sehen wir uns beim nächsten video wieder vielleicht auch mal wieder auf deutsch mehr in zukunft und ja hoffentlich habe ich bald wieder internet tschüss e Bis zum nächsten Mal.